Aus dem Luxus-Escort-Service zur Ehefrau. Man könnte auch sagen, aus einem sehr aufregenden, abwechslungsreichen, spannenden Sexleben in die Beständigkeit, in die Dauerhaftigkeit, in die Langweiligkeit. Ganz herzlich willkommen zu Liebeskunst, dem Podcast für Liebe, Lust und Leichtigkeit in langjährigen Beziehungen. Mein Name ist Vanessa Eden. Ich bin Ex-Luxus-Escort, bin heute sehr glückliche Ehefrau. Und in diesem Podcast dreht sich alles um die leichte und erfüllte Beziehung auf Basis von Liebe für mehr Magie in eurer Sexualität. Schön, dass du da bist. Im letzten Podcast vom Luxus-Escort zur Ehefrau habe ich euch erzählt, dass auch mir die Lust abhanden gekommen ist. Ich habe das bezogen auf verschiedene Aspekte. Allen voran war für mich neu und schwierig, das Gefühl von sexueller Verfügbarkeit. Also zum einen verfügbar zu sein. Also ich bin jetzt die Einzige, die für ihn irgendwie zuständig ist. Gleichzeitig bin ich aber tatsächlich eben auch die Einzige, wenn wir Monogamie leben, die irgendwie für ihn dann da ist. Und dadurch, dass ich eben da bin als Ehefrau, bin ich irgendwie auch verfügbar. Das heißt, da ist entstanden irgendwie so eine Art Anspruch, also Anspruchshaltung, die er zwar nie angemeldet hat, die ich aber trotzdem gefühlt habe. Das geht ja schon damit los. Wenn der Mann mehr Lust hat als die Frau, die Libido größer ist als die der Frau, dann meldet er natürlich einfach öfter an, dass er jetzt Lust hätte. Und wir wissen alle, dass die eheliche Pflicht ja irgendwann mal Bestandteil war in der Ehe, die sich sogar gerichtlich ausgewirkt hat im Scheidungsprozess. Das heißt, es ist schon noch so im Hinterkopf, dass es ein Stück weit unsere Aufgabe ist, als Frau auch für die Befriedigung des Mannes zuständig zu sein. Und es kann Schwierigkeiten mit sich bringen. Wie wir das gelöst haben, erfährst du jetzt in diesem Podcast. Ich habe mich mit mehreren Dingen dann gleichzeitig beschäftigt. Zum einen wollte ich natürlich wissen, weshalb kam mir meine eigene Lust abhanden, wo ich doch definitiv eine so sehr lustvolle Frau war und Sexualität für mich wirklich eins der Lebens- und Lustelixiere überhaupt im Leben darstellt. Und ich mich auch immer als wirklich sexuell aktive Frau wahrgenommen habe. Ich habe dieses Bild von mir überhaupt nicht verstehen können. Und natürlich auch, was macht es mit dieser Anspruchshaltung? Gibt es diese Anspruchshaltung überhaupt oder was machen wir so mit diesem Bedürfnis, wenn das irgendwie erwartet wird oder wenn es ja irgendwie, wenn wir uns für Monogamie entscheiden, auch nur einen Partner erfüllen kann? Ansonsten könnte man ja sagen, du lass es dir heute von der oder der erfüllen. Ich mag heute nicht, der gehe heute mal auswärts essen. Was hat es überhaupt mit dieser Lust auf sich und gleichzeitig aber auch mit der Dynamik in der Beziehung? Das heißt, was passiert da? Wie habe ich wieder zu meiner Lust zurückgefunden bzw. wie gehe ich vielleicht auch heute mit veränderter Lust um? Das alles erzähle ich euch. So vielleicht ein bisschen zum Hintergrund. Was ich für uns ausmachen konnte, war maßgeblich die Corona-Zeit. Also in der Corona-Zeit war es für uns so, dass wir sehr harmonisch waren. Es haben sich ja viele Paare in unserem Umfeld auch getrennt. Und für uns war die Corona-Zeit eigentlich eine sehr, sehr coole Zeit. Wir waren uns sehr, sehr einig, was so der Umgang mit allem anging und wir selbst sind uns nie auf den Keks gegangen. Das war für uns beide wirklich auch nochmal augenöffnend, dass wir es total gut miteinander aushalten, dass wir total gern zusammen sind und dass wir uns überhaupt nie auch zu viel geworden sind. Was allerdings trotzdem passiert ist, die Lust, also dieses wirklich intensive Miteinander schlafen, hat in der Corona-Zeit abgenommen. Das war für uns damals gar kein Problem, weil wir waren ja eh immer zusammen und es war ja harmonisch und deswegen hatte uns das damals noch gar nicht gestört. Wir haben dann auch nach einigen Jahren mitten in der Corona-Zeit geheiratet, weil das tatsächlich für uns wie so ein Beweis auch war. Mensch, wir halten es wirklich so gut miteinander aus. Wir harmonieren unsere Werte, ähneln sich sehr, der Umgang mit den Maßnahmen. Und das war für uns dann auch nochmal Grund, also das i-Tüpfelchen, wenn man so will, zu sagen, ja, das passt einfach. Ach, wir heiraten. In der Zeit hat dann ja nicht mehr viel stattgefunden, das heißt, alles ist ja so ein bisschen langsamer geworden, eingeschlafen. Also vor der Corona-Zeit beispielsweise war ich sehr viel Salsa-Tanzen. Ich habe da teilweise hunderte von Kilometern auf mich genommen, um zum Salsa zu fahren. Fast jedes Wochenende, also wirklich war da viel unterwegs. Und das alles ist dann auch weggeblieben. Wir waren zu Hause, aber wie gesagt, das hat uns auch überhaupt nicht gestört. Und nachdem die Corona-Zeit vorbei war, hatte ich gar keine Lust mehr Salsa-Tanzen zu gehen. Also zum einen das Salsa-Tanzen an sich, aber vor allem diese Wegstrecken so auf mich zu nehmen, das erschien mir fast ein bisschen absurd. Ich habe das tatsächlich einfach nicht mehr gemacht, weil ich diese Ruhe in dieser Corona-Zeit auch echt genossen habe. Diese Ruhe hat sich dann auf unser gesamtes Leben übertragen. Und das war so, wie wenn sich diese Ruhe auch auf unser Sexleben übertragen hat. Wenn es dann irgendwie mal noch passiert ist, dann war das, ich würde sagen, tatsächlich sehr viel weniger leidenschaftlich, aufregend, ausgiebig und expressiv als vor der Corona-Zeit. Das war halt schon und es war eher gemütlich. So wirklich, wie wenn sich diese gesamte ruhige Energie so auch aufs Bett gelegt hätte. So war das für uns. So war es vor allem so auch für mich. So das war entspannt und es war okay und es war so mhm. Und irgendwann habe ich mir dann schon so die Frage gestellt, so hä, soll das jetzt irgendwie alles gewesen sein? Ist das jetzt irgendwie so, unsere Sexualität? Ist es jetzt alles schwierig? Ich fing dann an, das Ganze zu bewerten und habe mir gedacht, naja, wenn das irgendwie so ist, so ruhig und so, ich nenne es mal langweilig, irgendwie kann ich dann auch darauf verzichten. Also ich habe das Ganze sehr bewertet, ich habe es negativ bewertet. Und in meiner Vorstellung war irgendwie was anderes, zumal wir ja auch schon ganz was anderes gelebt hatten. Ja, also die ersten zwei Jahre sowieso, da war kein Platz sicher vor uns und irgendwie war alles anders jetzt. Was dann für mich im Speziellen hinzukam, war wirklich diese Erfahrung auch aus dem Escort-Service, dass ich mir gedacht habe, meine Güte, jetzt bist du eine von diesen Ehefrauen, die sich irgendwie zum Sex bitten lassen muss, die irgendwie langweilig geworden ist, die selber schon gar keine Lust mehr drauf hat. Und mit diesem Bild hatte ich dann zudem wirklich auch noch Mühe, dass ich mich selbst ein Stück weit wie unter Druck gesetzt habe. Das Bild, was dann auf einmal da war, hat überhaupt nicht mit meinem Ideal übereingestimmt. Also selbst eine lustvolle Frau zu sein, plötzlich war ich in einer Identität von, naja, halt Ehefrau. Oh mein Gott. Und diese Witze, die so oft über Ehen gemacht werden und über den Sex gemacht werden. Und ich habe mich plötzlich in dem allen wiedergefunden und habe mir gedacht, das ist ja furchtbar irgendwie. Jetzt schließe ich mir diese ganzen Witze auch noch auf mich zu. Nee, also schrecklich. Also wenn das jetzt das gewesen sein soll, dann bin ich vielleicht auch einfach nicht für die Ehe gemacht. Warum auch immer, wie das funktionieren soll. Also anscheinend für mich funktioniert es einfach nicht. So, dann haben wir schon das nächste Problem, denn in dem Moment habe ich angefangen, dieses gesamte Ehekonstrukt in Frage zu stellen, die Ehe an sich in Frage zu stellen. Ich habe mich gefragt, ist da überhaupt Liebe da, Anziehung, wo fehlt es uns da? Wie lange wird es dauern, bis irgendeiner von uns da draußen jemanden kennenlernt, der ihn völlig begeistert oder die ihn völlig begeistert und dann war es das gewesen, oder? Und dann, okay, dann wissen wir, wie das aus Affären so läuft. Dann kommt vielleicht wieder die Leidenschaft hoch, weil dann rennt man dem anderen dann wieder hinterher oder dann entsteht, boah, dieser Mangel, boah, der hat jetzt Interesse an jemand anderem und dann wird er wirklich plötzlich wieder heiß für einen selbst. Aber auf dieses Spielchen hatte ich auch wirklich gar keine Lust. Also die haben im Kopf so existiert und ich konnte mir das vorstellen. Ich konnte mir vorstellen, wie wäre das jetzt für mich, nachdem ich so keine Lust mehr empfunden habe, wie wäre das für mich, wenn er jetzt jemanden kennenlernt und die fährt total auf ihn ab, weil ich habe ja einen super attraktiven Mann und dann wird er für mich vielleicht auch wieder attraktiv. Und ich konnte mir das richtig vorstellen, wie das für mich ist. Gleichzeitig habe ich mir aber gedacht, das kann ja irgendwie nicht die Lösung sein, darauf zu behalten, dass er da draußen halt jetzt irgendjemanden kennenlernt. Und erst dann habe ich wieder Lust auf ihn. Also das erschien mir auch einfach nicht ehrlich und nicht echt und einfach zu sehr nach Spielerei. Und ich dachte mir, aus dem Alter sind wir eigentlich draußen. Dann lässt sich natürlich noch die Frage stellen, wie war das eigentlich für ihn? Und das habe ich ihn später auch mal gefragt. Wie war das für dich, als ich in der Zeit so lustlos war? War das schwierig? Warst du enttäuscht? Warst du sauer? Und seine Antwort war gewesen, also ich habe ja schon im letzten Podcast erzählt, ich habe einen sehr, sehr in sich rohenden, sehr akzeptierenden Mann. Einen Mann, der sehr im Vertrauen ist. Und er sagte mir, es wäre natürlich für ihn auch schöner gewesen, wenn es anders gewesen wäre. Gleichzeitig ist er aber tatsächlich in der Lage, die Dinge zu akzeptieren. Und dann entstehen natürlich unterschiedliche Dynamiken. Es gab schon eine Zeit, wo er immer wieder so ein bisschen hingestupst hat, wo es schatzt, nö, wäre schön jetzt, wenn. Und er hat natürlich in der Zeit von mir viele Neins kassiert. Und irgendwann hat er keine Lust mehr, sich Neins abzuholen, weil diese Neins einfach immer wieder trotzdem schmerzhaft sind. Und selbst wenn wir davon ausgehen, es ist kein Nein, was dir als Person gilt, so ist es ja trotzdem ein Nein für die gemeinsame Sexualität. Und in dem Moment ein Stück weit trotzdem ein Nein zu diesem gemeinsamen Erlebnis. Und das ist nicht das Angenehmste. Also es gibt schönere Dinge, als sich ständig Neins abzuholen. Deswegen hat er es dann einfach irgendwann gelassen, in dem Vertrauen, es wird schon wieder werden. Und in der Tat war das selbstverständlich wirklich ein Schlüssel bei uns. Warum war das ein Schlüssel? Naja, weil ich selbst natürlich auch interessiert war, dass wir uns sexuell wiederfinden, weil das hat einfach in meine Identität gehört als Frau. In meiner Identität als Frau weiß ich, was es mit mir macht, wenn ich ein sexuell erfülltes Leben habe. Ich weiß, wie sich mein Unterleib anfühlt. Ich weiß, wie ich anders durchs Leben laufe, wenn ich sexuell erfüllt bin. Ich weiß, was es mit meinem gesamten Energiekörper macht, wenn ich guten Sex habe. Auf das wollte ich ja tatsächlich auch gar nicht verzichten. Insofern hat er das Vertrauen gehabt, dass das in mir wieder kommt, weil es ja auch schon mal da war und weil das eigentlich mein Leben bis dato war. Von dem her war ein Meilenstein, dass er irgendwann wirklich aufgehört hat, mich darauf hinzuweisen oder aufgehört hat, Anfänge zu machen. Da war natürlich dann auch mal über Wochen wirklich nichts los. Und ich habe das immer mal wieder angesprochen und habe gesagt, du, jetzt haben wir vielleicht schon wieder sechs Wochen nicht. Ich bin mir blöd vorgekommen dabei und du erfährst natürlich auch da draußen nicht, was bedeutet das? Bedeutet das überhaupt irgendwas? Vielleicht hat es gar keine Bedeutung, aber irgendwie wusste ich ja aus meiner Erfahrung im Escort Service schon, dass es auch Bedeutung haben kann. Es muss nicht zwingend Bedeutung haben. Es gibt tatsächlich auch Ehen ohne Sex, wo keiner von beiden fremd geht, also sich das woanders holt. Das gibt es. Gleichzeitig war das aber nicht mein Bild von Ehe und ich glaube an das eben auch nicht. Ich glaube nicht an eine sexlose Ehe und das Leben ist ja immer, was wir glauben. Entsprechend war es mir selbst wichtig, dass das wieder zum Laufen kommt. Mir ist irgendwann die Tatsache aufgefallen, dass er mich nie kritisiert, ich ihn hingegen schon. Besser gesagt ist mir das nicht aufgefallen. In Wahrheit hat er mich irgendwann mal drauf geschubst. Ja und wenn du mein Podcast-Intro hörst, dann hörst du ja auch immer, es geht um die erfüllte, leichte Beziehung auf Basis von Liebe. Und in der Tat war es auch bei uns die Liebe, die uns wieder zueinander geführt hat. Sonst würde ich meinen Podcast ja auch nicht so nennen. Es ist einfach immer die Liebe. Und die Liebe bedeutet Akzeptanz, Erwartungslosigkeit und Urteilsfreiheit. Das sind wirklich so diese drei Punkte, ja, Akzeptanz, Erwartungslosigkeit und Urteilsfreiheit. Frei von Urteil. Wenn du mir jetzt gut zugehört hast, hast du gehört, dass ich unfassbar viel im Urteil war. Ich wollte nicht so eine Ehefrau sein. Ich fand den Sex dann irgendwie auch langweilig. Und überhaupt war ich mit den ganzen Dingen nicht zufrieden. Und ich war auch mit ihm teilweise nicht zufrieden. Das heißt, es hat sich so eine Zeit eingeschlichen, in der ich unfassbar viel an ihm rumgenörgelt habe, an dem mir unfassbar viel nicht gefallen hat, wo ich der Meinung war, das müsste er auch in seinem Leben anders machen. Also Dinge auch, die mich gar nicht betroffen haben. Das müsste er anders machen. Da könnte er anders sein. Da müsste er mehr so sein. Da müsste er mehr anders sein. Und ich habe da unglaublich viel an ihm rumgezerrt, weil ich auch so unzufrieden irgendwie war mit meinem Leben. Diese Müdigkeit und irgendwie, ich war nicht mehr so aktiv. Ich war zu wenig Salsa tanzen. Ich war zu wenig Sport machen tatsächlich auch. Ich war für mich einfach nur mal die Frau, die ich mal kannte, die wirklich voller Energie da rausgeht ins Leben, die sich holt, was sie will, die auch rausgibt, ganz viel gibt und ganz viel nimmt und einfach mitten im Leben steht. Und plötzlich war alles so eingeschlafen. Und dann habe ich angefangen, an ihm rumzunörgeln, weil mir unser Leben nicht mehr gefallen hat. In Wirklichkeit hat mir mein Leben nicht mehr gefallen. Und ich war einfach in einer gewissen Zeit nicht mehr in der Lage, mir das einfach zu holen. Da haben wieder Glaubenssätze mit reingespielt. Darf ich mir das einfach holen? Darf ich es mir nur für mich holen? Muss er da irgendwie immer integriert sein? Darf ich es einfach auch nur für mich alleine tun? Also das ist ganz viel. Und wenn wir von Lust sprechen, dann sprechen wir tatsächlich auch immer von Lebendigkeit. Lust ist Lebendigkeit. Lust ist Abenteuer. Lust ist Freude. Lust ist wirklich was, was uns am Leben hält. Und wenn da sonst im Leben nicht viel ist, also ihr könnt euch das wirklich bildlich vorstellen, wenn man nur noch auf der Couch liegt, wenn man müde ist, wenn man träge ist, wenn man keine Lust mehr hat. Das kommt auch dazu, als Frau, sich zurechtzumachen, sich schön zu machen, sich schön anzuziehen und lebendig ist und rausgeht und Menschen trifft und wieder aktiv am Leben teilnimmt, wenn das alles nicht stattfindet. Und dann kommen noch Wechseljahres-Hormonbeschwerden dazu. Ja, wo soll denn da dann auch Lust herkommen? Das weiß ich heute. Ich weiß heute, dass das alles miteinander zusammenhängt und dass, wenn wir uns Lust anschauen, dann dürfen wir uns unser ganzes Leben anschauen. Also es bringt tatsächlich nicht wirklich viel, wenn wir uns nicht angucken, was sonst noch so los ist an Beziehungsdynamiken. Weil wenn wir uns die Phase anschauen, in der wir verliebt waren, in der wir übereinander hergefallen sind, in der wir nicht genug voneinander kriegen konnten, dann war ein was nicht vorhanden. Und das ist Urteil. In der Verliebtheitsphase Liebt ihr den anderen tatsächlich? Liebe, Akzeptanz, Urteilsfreiheit, Erwartungsfreiheit. Egal, was der macht, alles ist gut. Ihr trefft euch, alles ist schön. Der Fernsehabend auf der Couch ist schön. Fünf Jahre später stört es sich, dass er immer Fernsehen gucken will. Der Kinoabend ist cool. Irgendwann nervt es sich, dass er nicht offen ist für Kultur. Ja, also es ist alles schön. Ihr stellt nichts in Frage. Ihr genießt einfach nur die schöne Zeit, die ihr miteinander habt. Das ist die Verliebtheitsphase. Und das ist tatsächlich ein Ausdruck von tiefer Liebe. Das ist wirklich wieder unser Naturell. Verliebt zu sein. Unsere Gesellschaft ist dann so verrückt, dass sie sagt, ja, aber in der Verliebtheitsphase, das ist ja alles nur Dopaminfeuer, das ist Serotoninfeuer. Und in Wirklichkeit könnten wir so gar nicht überleben, weil wir würden so quasi den Ernst des Lebens dann ja gar nicht mehr sehen. Und ich sage euch, in Wirklichkeit sind wir genau in dieser Zeit, in unserer wahren Natur, in der Urteilsfreiheit, in unserem Licht. Wir sind in unserem größten Licht. Der Andere ist in seinem größten Licht, weil wir ihn auch nur lichtvoll wahrnehmen, weil wir unsere schönsten Seiten an uns zeigen, weil wir voller Energie sind. Der Andere ist voller Energie. Unsere Augen leuchten noch, wenn wir uns anschauen. Wir sind gern miteinander. Wir freuen uns, wenn der Andere uns anruft. Wir freuen uns, wenn der Andere auf uns zukommt. Wir freuen uns, wenn der Andere Sex mit uns will. Und wir lieben es, Sex mit ihm zu haben. Und das ist diese Phase. So, und irgendwann dann, spätestens irgendwie, wenn wir zusammenziehen, dann kommen die Dinge, ja. So, Zahnpass dazu bin ich zugeschraubt, die Socken nicht umgedreht, die Taschen nicht geleert vom Waschen. So, auf einmal fangen wir an, das Verhalten vom Anderen zu bewerten. Jetzt läuft er mit seinen Schuhen durch die Wohnung, obwohl ich immer die Schuhe ausziehe. Und er macht viel zu wenig im Haushalt. Und immer muss ich. Und er macht nie. Und ich trenne den Müll. Und er trennt ihn nicht. Und also auf einmal kommen so Dinge. Und die sind ja tatsächlich, natürlich auch nicht ohne, weil wir haben ja unseren Anspruch ans Leben. Aber was einfach beginnt ist, es beginnt Urteil. Es beginnt Verurteilung, Bewertung. Und es beginnt Erwartung. Wann hilft er im Haushalt? Ich mache immer das. Er müsste doch das. Ich habe die Spielmaschine ausgeräumt. Jetzt könnte er sie wenigstens einräumen. Wir sind die ganze Zeit dabei, in unserem Leben uns gegenseitig zu bewerten, zu verurteilen, zu belohnen, zu bestrafen. Und dann kommt manchmal auch dieser ungesunde Mechanismus ins Spiel, dass wir Sex wie eine Art Belohnung dann auch einsetzen. Wobei es ist gar nicht unbedingt die Belohnung, auch wenn es auf ihn so wirkt, oder die Bestrafung. Wenn wir den anderen natürlich oft bewerten und beurteilen, dann geht damit einher Enttäuschung. Und mit dieser Enttäuschung sinkt natürlich die Lust. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, er müsste doch sich sehr viel anders verhalten, ja, dann bin ich enttäuscht, wenn er es nicht tut. Und diese Enttäuschung senkt natürlich meine gesamte Energie. Ja, wo soll denn da dann die Lust herkommen, wenn ich so enttäuscht bin, wenn ich ihn abwerte, wenn ich finde, er müsste eigentlich anders sein, ja, dann habe ich auch keine Lust, mit ihm zu schlafen. Dann habe ich auch keine Lust, jetzt ihm da was zu geben, weil schließlich verhält er sich da nicht, wie ich will. Und da verhält er sich anders. Dann habe ich auch gar keine Lust, mich zu öffnen als Frau und ihm so ein tolles Geschenk zu machen. Ja, so, ja. Das ist natürlich alles tatsächlich das Gegenteil von Liebe. Wenn wir von Liebe sprechen, hört ihr, glaube ich, jetzt sehr, sehr, sehr gut heraus, was es bedeutet für unsere Beziehung, für unsere Ehe, für unsere Lust und auch für unsere gemeinsame Sexualität, wenn wir nicht in Liebe sind, bedeutet, im Urteil sind, in der Bewertung sind, in der Erwartung sind. Das ist nicht Liebe. Es ist das Gegenteil davon. Es ist Trennung. Und dessen müssen wir uns einfach wirklich klar werden. Wir dürfen die Entscheidung treffen, leben wir unsere Beziehung auf Basis von Liebe in Entspanntheit, in Gelassenheit, in Erwartungslosigkeit. Was bedeutet, im Moment zu sein, das Hier und Jetzt zu genießen, achtsam zu sein, bewusst zu sein, auch mit unseren Gefühlen bewusst zu sein und unseren Emotionen, die aufkommen, die oftmals gar nichts mit dem Partner zu tun haben, die wirklich aus frühkindlicher Prägung vielleicht kommen, die aus alten Beziehungen kommen, wie wir glauben, dass ein Mann zu sein hat, wie wir glauben, dass eine Ehe eine Beziehung zu sein hat, wie wir glauben, dass eine Frau zu sein hat. Auch damit geht ganz viel Erwartung, Bewertung und Urteil einher. Aber es ist eben immer das Gegenteil von Liebe. Kommen wir zur Lust zurück. Ich habe ganz viel jetzt gesagt. Und ein großer, großer Schlüssel, meine Lust wiederzufinden, war Dankbarkeit. Wir kommen nicht vorbei an Dankbarkeit, wenn wir uns mit dem Partner verbinden wollen. Dankbarkeit für alles. Dankbarkeit ist auch eine Haltung fürs Leben. Dankbarkeit ist Liebe. Dankbarkeit bedeutet, du schätzt Wert, was da ist, was du hast, den wundervollen Menschen. Du lenkst deinen Blick, weil unsere Amygdala, also unser Amphibien-Gehirn, halt einfach, ich weiß jetzt nicht, zehnmal mehr, mindestens zehnmal mehr, eher hundertmal mehr, ihr könnt es sicherlich alles wissenschaftlich recherchieren, wie viel mehr die Amygdala auf Fehler und auf Gefahr ausgelegt ist, als eben auf das Schöne. Unser Gehirn ist nicht gemacht zum Glücklichsein, unser Gehirn ist gemacht zum Überleben. Deswegen sehen wir so oft die Dinge, die uns nicht gefallen. Wir sehen Fehler, wir fahren auf Nachrichten ab, wir gucken hin, wo der Unfall passiert ist. So ist es einfach, weil wir uns, weil wir immer uns schützen wollen vor der Gefahr. Und ich glaube, und das ist jetzt lediglich eine These, die ich weder irgendwo gelesen habe, ist einfach mein Gefühl. Ich glaube, wir Frauen sind da tatsächlich noch empfindlicher. Aufgrund der körperlichen Unterlegenheit kann ich mir vorstellen, dass wir Frauen einfach noch ein bisschen mehr auf Gefahr getriggert sind als der Mann. Ich habe das so erlebt, grundsätzlich in meinem Leben, dass die Frauen eher diejenigen waren, die eher schnell in die Angst gekommen sind, egal ob es die eigenen Kinder betroffen hat oder auch sonst im Leben, das, was passiert, die abgesichert sein wollen. Denen ist auch wichtig, dass einfach wirklich Geld da ist, dass man abgesichert ist, dass die Kinder abgesichert sind. So diese Suche nach Sicherheit, ich glaube, dass die bei uns Frauen wirklich ausgeprägter ist, was gleichzeitig bedeutet, dass wir eher den Blick haben zu Gefahren oder zu Dingen, die uns nicht gefallen und es dann auch ändern wollen, weil wir ja gestalten wollen, weil wir Sicherheit wollen, was uns oftmals dazu verleitet, dass wir eher ins Nörgeln kommen, ins den anderen verändern wollen. Wieso ist er nicht so? Ich hätte ihn da gern mehr anders. Aber das ist ein Fehler. Und damit tun wir wirklich unserem Nervensystem gar keinen Gefallen. Gerade wir Frauen dürfen lernen, mit unserem gesamten System ins Vertrauen zu kommen. Und da ist die Spiritualität nicht die Esoterik. Die Spiritualität ein fantastisches Werkzeug für uns, wirklich ins Vertrauen zu gehen. Und Dankbarkeit ist ein ganz großer Bereich, denn du kannst nicht unzufrieden sein, du kannst nicht in Angst sein, wenn du dankbar bist. Diese zwei Energien schließen sich einfach völlig aus. Das heißt, du kannst ein Ritual draus machen, jetzt mal alles aufzuschreiben, jeden Tag aufzuschreiben. Drei Dinge, für die du dankbar bist in deinem Leben, weil es macht tatsächlich eh was mit deinem gesamten System, wenn du auch dein Leben wertschätzt, die Dinge, die du schon geschafft hast bis heute, wie du bist, wie dein Leben ist, was du alles hast in deinem Leben, aber natürlich auch ganz gezielt für deinen Mann. Was ist Wunder, Wunder, wundervoll an ihm und wofür bist du dankbar, dass er in deinem Leben ist? Diese Übung allein verändert deinen Energieumsatz, deinen ganzen Energiehaushalt, dass überhaupt mal wieder Lebendigkeit in dich eindringen kann. Denn wenn wir im Urteil sind, wenn wir in der Bewertung sind, wenn wir in der Angst sind, dann werden wir ja eng. Dann haben wir Nackenverspannungen, dann haben wir Rückenverspannungen, dann haben wir Kopfschmerzen, Spannungskopfschmerzen, dann sind wir eng. Wie sollen wir uns denn, wenn wir so eng sind, plötzlich im Bett öffnen, im wahrsten Sinne des Wortes hingeben, uns aufmachen, empfangen für die Liebe, für ihn, für seinen Lingam, weich werden. Das funktioniert überhaupt gar nicht. Deswegen können wir Lust nie isoliert betrachten von unserem sonstigen Leben, von unserer sonstigen Haltung, von unserem sonstigen energetischen Zustand. Und klar bringt das Leben eben, was ich vorhin schon beschrieben habe, einfach oft so viele Dinge mit. Und dann ist es auch die Frage, wie gehen wir denn sonst so durch unser Leben? Sind wir flexibel wie der Baum? Ja, Bäume sind ja unglaublich kraftvoll. Manche Bäume wurzeln noch ein bisschen tiefer in die Erde, sind dadurch noch fester geankert und halten noch besser. Aber das Holz, der Stamm, die Krone, das ist ja nicht steif, das ist nicht eng, das ist flexibel. Der Baum im Wind. Das heißt nicht, dass wir Fähnchen im Wind sind, aber das heißt, wir dürfen eine gewisse Flexibilität im Leben mitbringen. Resilienz nennt sich das auch. um einfach stabil zu bleiben und uns bewegen zu können und nicht eng und hart zu werden, weil dann passiert einfach nichts mehr. Dann haben wir Blockadenstillstand, das zeigt sich in deinem Körper und das zeigt sich auch an deiner Lustlosigkeit. Also du siehst, da war jetzt schon ganz schön viel drin. Da war vor allem eben drin, Glaubenssätze, wie gehe ich sonst so durchs Leben? Wie sehe ich vor allem meinen Mann? Liebe bedeutet, Akzeptanz, Urteilsfreiheit und Erwartungslosigkeit. Und ich kann euch förmlich hören, ja aber, wenn er doch das immer so und so macht, ich will doch auch ein gutes Leben. Ja, ja, so ist es natürlich. Dennoch, Liebe bedeutet Akzeptanz. Und wir können viel besser die Dinge verändern, wenn wir erst mal akzeptieren, was ist. Was nicht bedeutet, dass wir das auf alle Zeit und ewig hinnehmen. Aber es bedeutet, dass wir erst mal in die Gelassenheit kommen. Dass wir erst mal Ruhe finden in der Situation, so wie sie ist. Und es heißt eben auch, dass wir aus der Situation heraus ja kraftvoll sind. Wenn wir immer alles blöd finden oder wenn wir zu viele Dinge blöd finden, die wir ändern wollen, dann ist es aus einem Mangel heraus. Das passiert aus einer schwachen Energie. Wenn wir uns aber mit unserem Leben anfreunden, wenn wir unseren Mann lieben, das heißt, wenn wir in Liebe leben, in der völligen Akzeptanz leben, wenn wir ihn bewundern, wenn wir ihn lieben, wenn wir dankbar dafür sind, dass er da ist und wenn wir ihm das selbstverständlich auch sagen, dann haben wir eine gute Ausgangsposition, dann haben wir ein Fundament der Liebe, aus dem heraus wir auch unsere Kommunikation ja ganz anders verändern. Wenn wir grundsätzlich in der Akzeptanz sind und in der Liebe und wir wollen aus dieser Akzeptanz und Liebe heraus Dinge verändern, dann sprichst du anders mit deinem Mann. Du kommst nicht aus der Unzufriedenheit und sagst ne, 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 jetzt ist schon wieder das und schon wieder das und es wird nicht anders und bläh, sondern du kommst aus Schatz, ich liebe unser Leben, ich liebe dich, ich liebe alles, was wir hier haben, aber diese eine Sache, die würde ich gern zum Positiven gestalten, die würde ich gern noch gestalten. Wie können wir das machen? Wie findest du das, wenn wir diesen Bereich verändern? Ist es dir möglich, diesen Bereich mit mir zu gestalten? Das ist doch eine völlig andere Energie, als wenn wir aus dieser Nörgelposition kommen. Das ist eine andere Energie für den Partner, das ist eine andere Energie für uns. So, aber es geht ja heute jetzt ums Thema Lust. Kommen wir nochmal auf die Lust zurück. Die Lust ist was Freies. Die Lust ist lebendig. Die Lust ist da, wenn wir spielen. Die Lust ist aber vor allem da, wenn wir den anderen schätzen, wenn wir uns wieder zu ihm hingezogen fühlen. Und wann fühlen wir uns zu dem anderen hingezogen? Naja, wenn wir uns für ihn begeistern können. Aber ob wir uns für ihn begeistern, hat tatsächlich ganz viel mit uns zu tun. Es liegt an uns, ob wir ständig glauben, seine Fehler sehen zu müssen, oder ob wir all die wundervollen Dinge an ihm sehen, die er mitbringt. All seine Talente, seine wundervollen Charaktereigenschaften, seine Dinge, die er einfach mit in die Beziehung bringt. Vielleicht ist es seine ruhige Art in eurem Fall. Vielleicht ist es seine spritzige Art in eurem Fall. Jeder Mensch bringt sein Naturell mit. Und wie wir das bewerten, liegt ja an uns. So von dem her, wo kannst du einfach viel mehr sein Naturell, so wie er ist, schätzen? Wo kannst du aus seinem Naturell heraus die positiven Dinge ziehen? Also was es euch Positives beschert? Und dann entsteht auch wieder Anziehung und dann entsteht Entspanntheit zwischen uns, zwischen euch. Und dann ist natürlich auch ganz wichtig, dass du dein Leben lebst. Weil Lust ist Lebendigkeit. Lust ist Abenteuer. Wo könnt ihr in eurem Leben mehr Abenteuer einbringen, mehr Spontanität, mehr spontan wegfahren, Spontan was unternehmen, sich gegenseitig überraschen, dass du ihn überraschst. Und es gibt einen ganz wichtigen Satz, der lautet, wie du die Welt oder in dem Fall jetzt, wie du deinen Mann durch deine Augen siehst, entscheidet, ob deine Seele erleuchtet wird oder getrübt wird. Das heißt, es liegt an dir, mit welchem Gedankengut schaust du auf deinen Mann. Auf Dauer nimmt deine Seele die Farbe deiner Gedanken an. Also unsere Augen ist tatsächlich was ganz, was Wichtiges. Unsere Gedanken, wie wir denken, das dringt durch unseren Blick, durch unsere Augen. Wann habt ihr euch das letzte Mal wieder lang in die Augen geschaut? Wann und wie stellt ihr wirkliche, echte Verbindung zueinander her? Nicht gemeinsam nur vorm Fernsehsitzen und Fernsehgucken und Chips essen oder so. Das ist keine Verbindung. Habt ihr Rituale in eurem Leben und habt ihr eine feste Zeit, zu der ihr euch verabredet? Ja, ihr kennt es bestimmt, es wird von manchen Paartherapeuten empfohlen und auch ich kann euch das nur empfehlen. Warum? Ich habe es vorhin schon gesagt, ganz zu Beginn, wenn das Leben da draußen schwankt und wir haben nicht gewisse Strukturen. Ja, auch der Baum hat ja seine Strukturen, der hat seine Ringe, der hat seine Strukturen im Holz, die ihn halten. Er ist flexibel, aber er biegt sich auch nicht bis uns ins Unermessliche. Also er hat schon seine Strukturen, die ihn trotzdem halten. Sie sind flexibel genug, dass er sich biegen kann, aber er hat Strukturen und wir brauchen diese Strukturen, weil die unserer Beziehung Halt geben und eben Struktur und genauso unserem Sex leben. Das heißt, wir dürfen uns für eine Erotik-Kultur entscheiden. Wir Westeuropäer, würde ich jetzt mal behaupten, haben nicht so viele Kulturen. Die Kulturen, die wir mal hatten, die wurden maßgeblich oder Kulturen und Rituale wurden maßgeblich von der Kirche geprägt. Jetzt heutzutags, wo die Menschen mit dem Glauben nicht mehr viel anfangen können, mit der Kirche schon gleich viel weniger anfangen können, fallen tatsächlich auch Rituale weg. Ich bin noch so aufgewachsen, dankbar zu sein, beispielsweise vor dem Essen zu beten, einfach immer wieder dankbar zu sein, am Morgen zu beten, heute nennen sie es Meditieren, in Wirklichkeit ist es das Gleiche, am Morgen aufzuwachen und erst mal zu beten, danke, danke, dass ich gesund wach geworden bin, danke für diesen Tag, danke für diesen Mann, danke für unser Leben. Das sind Dinge, die sind uns heute weitestgehend, also für viele verloren gegangen. diese Menschen haben nichts mehr, was sie hält und entsprechend auch nichts mehr in der Beziehung, die glauben, da fliegt irgendwie alles rein und alles muss eh da sein und wenn die guten Gefühle für den anderen verloren gehen, obwohl ich ständig an ihm nörgel und rummotz und immer in der Erwartungshaltung bin, dann sagen sie, ja, uns ist die Liebe verloren gegangen, ja, und plötzlich ist uns die Lust auch noch verloren gegangen, oh, und dann gehen sie in irgendwelche Affären und stellen wieder fest, oh, da ist die Lust wieder da, ja, natürlich, weil du deine Affäre ja wieder irgendwie auf einen Sockel stellst und meinst, das ist es jetzt, auch mit dem Menschen ist es das jetzt, weil du in dem Moment wieder in der Urteilsfreiheit bist und plötzlich ist die Lust wieder da und dann kann es sogar passieren, dass die Lust auf den Partner wieder kommt, also der Partner, der betrogen wurde, hat dann sogar oftmals wieder Lust auf den eigenen Partner, auch wenn er vielleicht Sexualität sogar lange verwehrt hat, weil dann plötzlich so ein Mangel entsteht und jetzt will ich den wieder haben, aber das ist auch keine Liebe, das ist Mangel tatsächlich, also es gibt so eine Lust, die kommt, diese extreme, Begehrlichkeit, so eine Lust, die kommt aus dem Mangel und es gibt aber auch die feinere, zarte Lust, die kommt aus sich selbst, also sie kommt aus uns selbst heraus und das ist eine feinere Lust, ja, denn Lust verändert sich selbstverständlich auch, Lust verändert sich im Laufe der Beziehung und die ist immer mal wieder anders und wenn wir jetzt in Liebe sind und nicht anfangen, diese Lust zu bewerten als irgendwie weniger, als am Anfang irgendwie nimmer so heiß, nimmer so extrem, wenn wir die einfach annehmen und auch dankbar dafür sind und dass es für uns vielleicht auch spannend ist, wie sich das Leben verändert, wie sich unsere Emotionen verändern, wie sich Gefühle verändern, wie sich Empfindungen verändern, wenn wir das alles in Liebe annehmen, mit leuchtenden Augen, die entdecken, mit Entdeckeraugen, dann ist es einfach immer schön, dann vermisst du nichts, dann hast du jeden Tag das Bedürfnis zu entdecken und das ist Liebe, dann kommt auch die Lust wieder. Wenn ich das jetzt nochmal zusammenfasse, dann haben wir vier Punkte, das eine ist schon unsere Identität, ja, möchte ich mich als lustvolle Person erleben, möchte ich eine lustvolle Frau sein, möchte ich ein lustvoller Mann sein, die Liebe, die Liebe bedeutet auch gut mit meinem Körper umzugehen, mich wirklich gesund zu erhalten. Ja, also unser Körper ist unser Erfahrungswerkzeug hier auf der Erde, wenn wir den vollschütten mit Müll, dann funktioniert er halt irgendwann mal nicht mehr, dann funktioniert auch unsere Libido nicht mehr, weil da ist ja irgendwie alles verstopft, ja, Libido und Lust ist was Freies, ist was, was fließt, da fließt Energie, das ist einfach was Energetisches, es ist was Energetisches dem Partner gegenüber, aber es ist auch was Energetisches für unseren Körper und wenn wir unseren Körper zustopfen mit Zigaretten, dass die Arterien verkeigen mit Fetten, mit einfach wirklich Scheißdreck und Müll, ja, da müssen wir uns ja auch nicht wundern, dass da ist ja alles verstopft, das ist Gehirn verstopft, da ist im wahrsten Sinne des Wortes, dann sind wir verspannt, dann gehen wir so durch die Welt, so da ist alles eng, da ist alles verstopft, wie sollten da Lust und Leichtigkeit und Freude in den Beziehungen sein, das geht ja überhaupt gar nicht. Das dritte ist tatsächlich die Erotikultur, also dass wir da Rituale für uns finden, wann wollen wir uns begegnen, wie wollen wir uns begegnen und dass wir uns die Zeit füreinander nehmen, das hat was mit Wertschätzung zu tun. Der vierte Punkt sind ja unsere Glaubenssätze in jedem Fall, also was glauben wir, wie der andere ist, das ist Dankbarkeit, Dankbarkeit, Urteilsfreiheit, wirklich diese Liebe ins Leben zu bringen und uns auf die schönen Sachen zu konzentrieren und das ist Übungssache, da dürfen wir einfach unser Gehirn ein bisschen trainieren. Ein letzter Punkt noch, was ich für mich tatsächlich lernen durfte, weil ich habe am Anfang euch ja gesagt, es war so diese sexuelle Verfügbarkeit, die mir auch das Leben schwer gemacht hat, dass ich gedacht habe, jetzt bin ich irgendwie so die Einzige, die da für ihn irgendwie zuständig ist. Das dürfen wir tatsächlich auflösen. Das ist auch ein Glaubenssatz, irgendwie steckt ja schon was dahinter, vor allem wenn wir uns für Monogamie entscheiden, gleichzeitig ist es aber auch ein Glaubenssatz, dass wir zuständig sind für den anderen, die sehr viel bessere Haltung wäre, wenn wir Bedürfnisse als Geschenke wahrnehmen und ein Geschenk kann der andere annehmen oder er kann es ablehnen. Also keinesfalls sind Bedürfnisse eben Ansprüche. Das ist ein großer Denkfehler. Der kommt natürlich nicht von ungefähr, wie ich es schon erwähnt hatte. Noch bis vor wenigen hundert Jahren haben Gerichte entsprechend entschieden, dass wenn die Frau der ehelichen Pflicht nicht entsprechend nachkam, hat sich das auf die Schuldfrage ausgewirkt im Scheidungsfall. Also es ist nicht so, ohne dass wir das auch immer noch wahrnehmen, dass wir da ein Schuldgefühl haben oder das Gefühl haben, da ist ein Anspruch da. Und wenn wir natürlich auch feststellen, dass der Partner fremd geht, weil er sagt, ja ich bin bei dir am ausgestreckten Arm verhungert, die letzten fünf Jahre hast mich nicht herangelassen, habe ich keinerlei körperliche Zuneigung von dir bekommen, dann entsteht da natürlich auch ein gewisser Druck, der nachvollziehbar ist. Dafür ist es aber umso wichtiger, dass wir tatsächlich darüber sprechen. Also was sind meine Bedürfnisse, welche Bedürfnisse vor allem auch erfülle ich mir in der Sexualität, welche Bedürfnisse erfüllt sich der Partner im Bereich der Sexualität, also was bedeutet ihm Sexualität, ist es Verbundenheit, ist es Selbstwertgefühl, ist es, wenn ich nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause komme, dann entspannt es mich einfach so, wenn ich dich berühren darf. Und dann ist ja auch immer die Frage, Sexualität ist ja so viel mehr als Sex, welche Zwischentöne können denn noch gespielt werden, ohne dass sofort das Gefühl auftaucht von, jetzt muss ich da was tun. Und dann ist aber natürlich auch die andere Frage, vielleicht möchte ich es ja auch gern tun, vielleicht erinnere ich mich an die Zeit zurück, als wir noch sehr verliebt waren, was hat mir denn selbst unsere Sexualität gegeben, und vielleicht möchte ich auch einfach gern wieder dahin zurück, dass dieses oben, unten, ja, diese Unterschiede gar nicht aufkommen. Und wenn wir es ganz genau nehmen, dann liegt in der Verfügbarkeit auch ein kleiner Denkfehler, denn die Wahrheit ist ja, nicht ich war für ihn die ganze Zeit verfügbar, sondern vielmehr war er die ganze Zeit verfügbar, wenn der Mann derjenige ist, mit einer höheren Libido, der sich öfter Sex wünscht, dann ist er in Wirklichkeit rund um die Uhr für uns sexuell verfügbar. Und auch das war er meistens in der Verliebtheitsphase nicht, ja. In der Verliebtheitsphase, wo wir immer noch ein bisschen gucken mussten, kriegen wir ihn, haben wir ihn, wann hat er wieder Zeit, da war er genau nicht für uns rund um die Uhr verfügbar. Anders als zu der Zeit, wenn wir zusammenleben, dann am Ende noch verheiratet sind, dann entsteht zum einen der Anspruch für den einen, also wenn er es so wahrnimmt, jetzt ist sie dafür zuständig, aber auch diese Verfügbarkeit für die Frauen, nämlich, dass sie wissen, eigentlich kann ich den immer, eigentlich kann ich ihn immer anknipsen, eigentlich muss ich nur sagen, hopp und zack geht es ins Bett. So, diese Verfügbarkeit, ja, wie kommen wir da raus, ist natürlich auch immer die Frage, ja. Wir kommen da tatsächlich am allerbesten raus, wenn wir erkennen, dass wir immer uns zwischen diesen beiden Polen bewegen, zwischen der Autonomie und der Verbundenheit, also dem Wunsch nach Nähe und der Autonomie, der Freiheit. Und wenn wir zu viel aufeinander hängen, zu viel, zu viel, zu viel, und vor allem, wenn beide Partner ein unterschiedliches Bedürfnis haben, nach Autonomie, nach Freiheit und nach Verbundenheit, nach Nähe, dann kann es auch einen Konflikt geben. Das bedeutet, Freiheit ist tatsächlich ganz wichtig, dass wir nicht immer, immer verfügbar sind und gleichzeitig dürfen wir uns aber natürlich auch wirklich von dem Glaubenssatz lösen, dass also wir selbst dürfen uns von dem Glaubenssatz lösen, der andere hätte einen Anspruch. Das ist auch wieder was Grundsätzliches im Leben. Was tust du denn, wenn andere Erwartungen an dich haben? Glaubst du, die erfüllen zu müssen? Auf der Arbeit, bei Kollegen, bei Nachbarn, bei deinen Eltern, bei deinen Geschwistern, bei deinen Kindern? Glaubst du, dass du immer die Erwartungen von anderen erfüllen musst? Das heißt, die Kunst an der Stelle ist es tatsächlich, bei sich zu bleiben, also wieder in Liebe, bei sich zu bleiben und liebevoll wahrzunehmen, ja, wann ist es für mich stimmig und ist es für mich gerade nicht stimmig, aber es ist völlig okay, ich habe kein Spannungsgefühl, ich habe kein schlechtes Gewissen, ich habe nicht das Gefühl, jetzt irgendwie, ich muss und oh, wenn ich jetzt nicht mache, was dann? Weil dann würde ich in die Angst gehen, dann würde ich in die Energie Angst gehen und so kann ich das auflösen, ja, also dieses Gefühl von Verfügbarkeit ist auch ein Glaubenssatz, es ist ein Glaubenssatz, wenn wir nicht in Liebe sind, weil er macht Druck und Druck schafft wieder Widerstand, schafft Trennung, ja, und es ist das Gegenteil von Liebe und wenn der andere angenommen, dein Partner macht da noch Druck und erwartet, es müsste jetzt passieren, natürlich darf er an sich arbeiten und wichtig ist, dass ihr aber schon miteinander spricht, was sind die Bedürfnisse, was wünscht er sich, findet ihr einen guten Mittelweg und wie kannst du auch, wenn du das möchtest, wieder in deine Lust finden und vielleicht kannst du ja dankbar dafür sein, dass er immer für dich verfügbar ist, vielleicht ist es ja auch was Schönes, dass er so unkompliziert ist und dass du nur so machen musst und er hat Lust auf dich und er ist immer da und er wünscht sich dich, vielleicht kannst du auch dankbar dafür sein, dass du einen Mann an deiner Seite hast, der es liebt, mit dir zu schlafen. Wenn wir davon sprechen, dass wir uns hingeben, dass wir uns verbinden mit dem Partner, dann muss das was sein, was aus uns selbst herauskommt. So, und jetzt kannst du sagen, das Ganze widerspricht jetzt aber dieser Erotikultur, also das heißt zu sagen, dem Ritual, was ist, wenn wir einmal in der Woche zu einer ganz bestimmten Zeit eben ins Bett gehen. Nein, es widerspricht sich nicht, wenn ihr nicht erwartet. Das heißt, es geht ja nur um die gemeinsame Zeit und dass ihr nicht mit dem Ziel ins Bett geht, so jetzt muss es aber so passieren, sondern ihr nehmt euch die Zeit füreinander und dann schaut ja mal, was passiert. Bedarf des einer gewissen Entwicklung, auf alle Fälle bedarf des einer gewissen Entwicklung, weil wir sind nicht so aufgewachsen. Wer von uns ist denn so erwartungslos? Wer von uns duscht sich denn, zieht sich vielleicht schön an, ölt sich noch ein, legt sich dann ins Bett und dann passiert plötzlich nichts? Ja? So, und genau um das geht's, weil ihr seid ein Paar und es geht um Liebe und es geht nicht darum, vom anderen was zu erwarten, was zu verlangen, sondern es geht darum, sich zu schätzen, sich wert zu schätzen, dem anderen Raum zu geben, Verständnis füreinander zu haben und auch zu akzeptieren. Und das ist die beste Voraussetzung, Lust wieder ins Leben einzuladen. Und wenn es Lust in eurem Leben schon mal gegeben hat, ganz zu Beginn der Beziehung, in eurer Verliebtheitsphase, wenn es da schon mal gestimmt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass ihr das euch wieder ins Leben holen könnt. Denn es hat ja schon mal sehr gut funktioniert. Deshalb, ihr Lieben, Liebe ist eine Kunst. Deswegen heißt der Podcast Liebeskunst. Das ist was zum Üben, was zum Lernen und das darf man können. Ab dem 1.10. startet meine Community und da geht es intensiv darum, diese Haltungen, diese Liebe, die Akzeptanz, die Erwartungslosigkeit zu lernen, zu üben und am Ende zu können, weil das das Einzige ist, was euch wirklich zueinander bringt und was eure Beziehung auf ein Level hebt, euer ganzes Leben, aber vor allem eure Beziehung, dass ihr in die Freiheit kommt, in die Gelassenheit, wirklich in euer allerschönstes Leben, dass ihr nicht ständig rumzerrt und zieht und äh und häh, sondern wirklich in die innere Freiheit und in eure Freiheit, um euch ehrlich wieder zu begegnen und euch zu sehen. am 1.10. die Community, was ist dabei? Dankbarkeit ist dabei, ein kleiner Minikurs zum Thema Dankbarkeit, 21 Tage, um wirklich in dieses Gefühl zu kommen, was macht es mit euch, was macht es mit deinem Leben, wenn du in die Dankbarkeit gehst. Lasst mir gern unter dem Video eure Erfahrungen da, was davon habt ihr dann vielleicht nach einer gewissen Zeit auch umgesetzt, was hat sich getan, wie geht ihr an eure Lust, an eure Beziehung, an eure Begegnung heran und ich danke euch, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dasein, bis zum nächsten Mal auf die wundervollsten Beziehungen, weil das ist das, was unser Leben hier auf der Erde wirklich zum Paradies werden lässt und das wünsche ich euch allen da draußen, dass ihr diese wundervolle Beziehung leben könnt, in der du ankommst, in der du zu Hause bist, in der du dich wohlfühlst und in der du ganz, einfach ganz bei dir ankommst. Ganz viel Liebe und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.